Ich bin dankbar für meinen gesunden Magen und schätze seine lebenswichtige Funktion. Mein Magen produziert ausreichend Magensäure und Verdauungsenzyme, um die Nahrung optimal zu verdauen. Ich gebe meinem Magen die Nahrung, die er braucht, um gesund zu bleiben. Mein Magen verdaut Nahrung effizient und mühelos. Mein Magen leitet meine Nahrung mühelos in den Dünndarm weiter. Ich pflege meinen Magen durch ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensmittel. Mein Magen ist stark und widerstandsfähig und ich vertraue auf seine natürliche Fähigkeit zur Verdauung. Die hohe Säurekonzentration in meinem Magen dient dazu, viele Krankheitserreger abzutöten, Ich bin dankbar für die gesunden Funktionen meines Magens. Mein Magen fühlt sich ruhig und entspannt an. Ich höre auf die Bedürfnisse meines Magens und achte auf Hunger und Sättigungssignale. Mein Magen nimmt Nahrung effizient auf und gibt die benötigten Nährstoffe an meinen Körper weiter. Ich atme tief und entspannt, um meinem Magen optimale Bedingungen zu bieten. Mein Magen reagiert gelassen auf Stress und bleibt ruhig und ausgeglichen. Ich bin mir bewusst, wie meine Emotionen meinen Magen beeinflussen und handle entsprechend fürsorglich. Ich achte darauf, genug Flüssigkeit zu trinken, um meinem Magen bei der Verdauung zu helfen. Mein Magen ist ein perfekt funktionierendes Organ, das mich gesund und vital hält. Ich wähle meine Mahlzeiten mit Bedacht und achte auf die Qualität der Lebensmittel, die ich esse. Ich gebe meinem Magen ausreichend Zeit, um Nahrung zu verdauen und esse langsam und bewusst. Ich stehe in liebevollem Kontakt mit meinem Magen. Ich höre auf seine Bedürfnisse und höre auf seine Bedürfnisse. Mein Magen ist frei von Beschwerden und fühlt sich gut an. Ich vermeide übermäßiges Essen, um meinen Magen nicht zu überlasten. Mein Magen und ich sind ein starkes Team, das gemeinsam für meine Gesundheit sorgt. Ich setze auf natürliche Heilmittel, um meinen Magen bei Bedarf zu unterstützen. Ich bin dankbar für die Signale meines Magens, die mir zeigen, was meinem Körper gut tut. Mein Magen ist stark genug, um ungesunde Einflüsse abzuwehren und mich gesund zu halten. Ich achte darauf, dass belastende Gedanken oder Gefühle sich nicht negativ auf meinen Magen auswirken. Mein Magen ist ein leistungsfähiges Organ, das mich unterstützt, ein erfülltes und gesundes Leben zu führen. Mein Magen meistert seine Aufgabe bei der Verdauung von Nahrungsmitteln, der Bereitstellung von Nährstoffen für den Körper und dem Schutz vor potenziell schädlichen Substanzen. Ich erlaube mir, alte Essgewohnheiten und Belastungen loszulassen, um meinen Magen von negativen Einflüssen zu befreien. Ich kümmere mich liebevoll um meinen Magen, indem ich mich um meine emotionalen Bedürfnisse kümmere und Stress abbaue. Mein Magen ist ein Symbol für inneren Frieden und Ausgeglichenheit, das ich mit positiven Affirmationen und Gedanken stärke. Ich erkenne die Weisheit meines Magens und vertraue darauf, dass er weiß, was für mich am besten ist. Ich vertraue darauf, dass mein Magen mich auf meinem Lebensweg unterstützt und mir hilft, mich von allem zu befreien, was mich belastet. Ich schätze die vielfältigen Funktionen meines Magens und gebe ihm die Aufmerksamkeit, die er verdient.